Versuchen ist gleich kein Job. Ich versuche es mal alleine. Wenn du als Ingenieur so an das Thema Bewerben herangehst, bist du zum Scheitern verurteilt. Und ich möchte dir auch sagen, warum. Wenn du etwas versuchst, dann nimmst du das Ganze nicht ernst. Denn du versuchst es ja nur, aber du machst es nicht. Und entsprechend hast du den Gedanken, dass es ja auch gar nicht so schlimm ist, wenn es nicht klappt, denn du hast es ja nur versucht. Gut. In Wahrheit versuchst du deiner Angst vor dem Scheitern aus dem Weg zu gehen. Doch was bringt dich wirklich zu einer neuen Stelle? Es ist nicht das Versuchen, sondern es ist das Machen. Und dementsprechend sind Ingenieure, die zu mir kommen, Macher. Sie versuchen es nicht, sondern sie machen es. Wenn auch du zu den Ingenieuren gehören möchtest, die sich wirklich ernsthaft an ihrer Karriere machen, dann sollst du jetzt den ersten Schritt machen und der beginnt damit, dass du dich selbst einmal ein bisschen besser kennenlernst. Dazu können dir die Fragen in meinem Bewerbungsformular extrem behilflich sein. Versuche nicht, den ersten Schritt zu machen, sondern mache jetzt den ersten Schritt auf wolfganggrueger.com. Versuche nicht, den ersten Schritt zu machen.